Hallo, ich bin der Daniel und ich mache Lehrzeit- und Speditionskaufmann bei der Firma Gartner in Warnbach. Mich hat schon immer interessiert wie die Logistik funktioniert und wie die War von A nach B rund um die Welt kommen. Bei uns im Haus wechselt man während der Lehrzeit durch alle Abteilungen. Man kommt in die Disposition, in die Verrechnung oder auch in die Abteilung für Ladermittel. Das macht es abwechslungsreich und man lernt jede Woche was Neues. Anfangen tut man in der Auftragserfassung. Dort werden alle Kundendaten für unseren Auftrag erfasst und in unserem System hinterlegt. Wenn alles in Ordnung ist, legen wir die Route fest und geben die Infos an den Fahrer weiter. Wir organisieren so nicht nur LKW-Transporte, sondern auch Transporte auf der Schiene durch ganz Europa. Hallo, ich bin Kevin und ich mache eine Lehre als IT-Techniker bei der Firma Gartner. Ich habe mich für den Schwerpunkt Technik entschieden und arbeite beim Helpdesk. Dort sind wir zuständig als erste Kontaktperson für unsere Mitarbeiter, wenn das im Betrieb nicht funktioniert. Für Softwaredrucker und Computerprobleme sorge ich für einen treibungslosen Ablauf im Unternehmen. Wann haben wir unsere Lehrberufe gefallen? Kommt zum Schnuppern vorbei, wir fahren uns auf D.